Im November 2008 eröffnete Intersport Bründel das neue Hauptgeschäft in Kabrun und hat von Beginn an neue Maßstäbe in der Architektur und im Shop-Design gesetzt. Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens erlebte jetzt eine bedeutende Fortsetzung. Die Firmenzentrale der Bründel-Gruppe wurde anlässlich der Handelsmesse der National Retail Federation in New York durch eine internationale Chérie mit dem Euro Shop Retail Design Award 2010 zum besten Store Europas gekürt. Die Chérie wählte aus der Vielzahl der Bewerber die drei besten Stores der Welt aus. Intersport Bründel erhielt diese internationale Auszeichnung neben El Palacio de Jiero in Guadalajara, Mexiko und E-Lord Golf Fashion in Seoul in Südkorea. Kriterien waren das Design, ein ganzheitliches Store-Konzept, eine klare Sortimentbotschaft, die eindeutige Zielgruppenansprache und ein konsistentes Corporate Design. In der Bewertung der Fachchérie ist unter anderem zu lesen, das Geschäft ist durch die typisch alpine Landschaft inspiriert und stellt gleichzeitig mit seiner polarisierenden und städtischen Architektur einen Kontrast zu der gewohnten Umgebung dar. Das Geschäft hat sich zu einem kommunikativen Treffpunkt entwickelt und schafft ästhetische Werte. Perfekt repräsentiert das Gebäude die Philosophie des Unternehmens, dem Kunden Freude an der Natur und am Sport zu vermitteln und aus Kunden Fans zu machen. Der Erfolg des Unternehmens hat aber nicht erst mit dem Neubau des Hauptgeschäfts vor drei Jahren begonnen. Mein Vater hat vor 52 Jahren hier in Karbrun angefangen. Er hat 1972 vor 38 Jahren am Kittsteinhorn begonnen. Es war die Entscheidung, dann auch in die Nachbarorte zu gehen, damals in der Bruck oder dann nach Zedamsee oder vor acht Jahren nach Ischgl. Es waren immer bahnbrechende, mutige Entscheidungen, die einfach auf Andersartigkeit, auf einem eigenen Weg basieren. Auf diesem eigenen Weg wurde 1999 das Intersport-Service-Network Zell am See Karbrun mit dem ersten Drive-In-Ski-Service Österreichs gegründet. Und 2005 ein völlig neues und revolutionäres Rennsystem eingeführt. Bei der Planung und Ausführung des neuen Mainstores in Karbrun wurde auch nicht auf die Mitarbeiter vergessen. Für uns ganz wichtig ist einfach, was in dem Haus für Mitarbeiter gemacht wird. Also Energieraum, diese Küche, der Freizeitraum und vor allem der besondere Balkon. Unsere Aussichtsterrasse zum Kittsteinhorn. Die Mitarbeiter sind seit Anbeginn ein wichtiger Partner. In der Bründl-Gruppe definiert sich die Unternehmenskultur ausschließlich über seine Mitunternehmer. An 850 Seminartagen im Jahr investiert das Unternehmen ständig in professionelle Weiterbildung. Seit der Unternehmensgründung wurden 125 Lehrlinge in einem einzigartigen Programm ausgebildet. Und heute genießen 217 Mitarbeiter die besten Trainings und Coachings. Intersport Bründl versteht es auch, Kunden zu begeistern. Das Bründl-Ski-Opening ist alle Jahre ein besonderes Erlebnis. Auch für die Ehrengäste. Ich komme immer wieder gerne her, sind nicht die Leute, nicht das Geschäft. Also bin ich gerne da. Der Euroshop Retail Design Award 2010 ist für das Unternehmen eine wichtige Auszeichnung und eine Bestätigung für die Philosophie, mit der das Unternehmen begeistert und in die Zukunft zieht. Egal wie die Rahmenbedingungen sind, wir sind jetzt in einer besonderen Zeit, aber es gibt auch in der besonderen Zeit, wie immer schon, es besondere Zeiten gegeben hat, erfolgreiche und nicht so erfolgreiche. Und die Basis für eine Erfolgreiche ist immer einfach sicher der Mut, der Weg, etwas anderes, spürbares zu machen und immer der strategische Weibblick. und nicht kurzfristige Gier oder nur den Moment zu sehen, sondern immer über den Horizont hinauszubringen. castige Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017